Moin und herzlich willkommen, meine Freunde der Sonne, zu einer neuen Folge von Minecraft Aura auf dem, ähm, kommen wir an der Proketsche oder so? Mit dabei ist Tegel, hallo. Hi, ich bin runtergeflogen. Bist du tot? Nein, ich hab's gerade so überlebt. Und zwar habe ich direkt am Anfang ein ziemlich wichtiges Thema zu ansprechen. Nein, ich werd geschlagen. Hey, ich heiße jetzt unterstrich TEDxHT. Yay. So, jetzt bitte Applaus auf. Jetzt sind wir nicht mal im gleichen Team. Die sind drübergeflogen. TEDxHT wurde von TEDxHT getötet. Ist auch ein Bild für alle Ewigkeit. So, nun sind wir in der zweiten Runde, diesmal sogar im gleichen Team. Ja, wir haben es hinbekommen. Wo bist denn du? Da, da, ich seh dich. Ich seh dich. Wozu ist die Lohnroute gut? Oder mit Rettungsplattform? Nee, ich glaub, du kannst irgendwie damit jumpen oder so. Sidex, guck mal, ist das eine Rettungsplattform? Ja, ist eine... Hallo. Also, ich bin grad einfach auch auf deiner Rettungsplattform gelandet. Options, Music & Sounds. Hier mal ganz unterstellen. Soll ich dich supporten? Da kommt einer. Jetzt sind, glaub ich, die Glocksounds wieder ganz in Ordnung. Hat sich gut an. Sagst du auch, dass sich die Qudan hat? Bist du deiner gleichen Meinung? Ja, also ich bin extrem überzeugt davon. Oh, da hast du ihm gegeben. Da hast du ihm gegeben. Jetzt hab ich einfach die Sounds extrem leise gestellt. Oh, ist das angenehm, wenn dir nicht dein Ohr explodiert. Aber ich glaub, ich hab einen Kill gemacht. Alles klar, ich hab hier irgendwie gerade Scheiße gebaut. Ich bin bei einem Rennauto. Ich weiß nicht, wie ich hierher komme. Enderperlen? Enderperlen. Nein. Und, krieg ich die Kills? Ja, erster Kill. Krieg noch einen zweiten. Boah, das hat Reflexe. Da hab ich ihn von der Seite weggenommen. Da haben wir nochmal von der Seite. Und der segelt durch, der segelt durch. Nice. Zweiter Kill. Die haben wir jetzt gewonnen, oder was? Nee. Krieg noch einen dritten? Komm. Oh, den dritten lass dir den kommen. Uh. Und? Die Annapur geht? Er hat getroffen. Dieser Lacker. Was ist? Uh. Nein. Stirbst du? Ja. Oh. Nein. Ich hab, ich hab Redding-Sportform gesetzt. Und ich wusste nicht, dass die sich auflösen. Oh, das ist ja hier schon das große Finale. Ja, die lösen sich wieder auf. Das wusste ich nicht. Und dann stand ich da auf einmal so. Und dann war ich zu weit unten, um noch eine Enderperle nach oben zu werfen. Aber du gewinnst jetzt. Mais. Ich folge seinen Enderperlen. Ui. Nein, er ist doch schon längst wieder bei mir. Hey, was? Das muss so low sein. Sein Lack ist nicht schlecht. Ja, jetzt ist er tot. 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 Ich hab wieder angekommen. GG. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Aber ich nehm auch kurz meinen Speed und meine Heilpods. Oh, leih. Schau mal, wie man sich hier hochbacken kann. Oder hochbacken kann. So, das ist irgendwie der zweiten Runde diesmal auf der Map. Frozen. Ich schlag hier auch nicht hart. Oh, ha, ha, ha. Panik gekommen. Und potte mich kurz in die Mitte. Einfach so zwischen 20 Creepern. Oh, die, 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 die. Okay, das überleb ich. Was haben das gerade Geräusche von mir? Da werfe ich ihn mit Schneeballen ab. Hab ich sogar einmal getroffen. Hat er einen halben Steak verbraten, aber hab ich noch einmal getroffen. Habe ich's dir erlaubt? Also, also, wenn du daran stirbst. Ja, ich hab sogar den Kill bekommen. Er ist einfach nur runtergelaufen. Hat dann aus Spanich den Enderpearl geworben und ist dadurch noch weiter hochgefallen. Vor allem, wir kämpfen hier einfach voll getrennt, ne? Wir sind das einzige Team, wo noch beide leben. So, hab ich jetzt noch einen Kill? Ja, stimmt. Wir nutzen es einfach nicht aus. Okay, da ist er jetzt. Nö, wir denken uns einfach nur so, ne? Wir haben's nicht nötig. Das ist ein kurzes Team. Als ob der das einfach die ganze Zeit überlebt. Ich bin jetzt unten. Jetzt bin ich oben. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Oh, hallo. Hi. Hi. Das war natürlich alles geplant, Leute. Ich hab mich von diesem Creeper-Tier runterstrengen lassen, damit ich bei Side-X sein kann. Genau, das war dein einzigster Absicht. Wo ist er denn? Das war ich nicht, aber auch. Ja. Wo ist er denn? Warte. Und wir kommen eh gleich in den Kompass. Mäuschen, zack mal Piii. Und jetzt also von hinten hittet uns beide runter. Einfach so ein Creeper. Schau mal vor, ihr werdet ein Creeper stehen. Hä? Das ist voll unrealistisch. Ja. Ich mein, das könnte man sich ja nicht erklären, wenn ich jetzt auf einmal... Zum Beispiel so ein Creeper irgendwie? Oh, fuck. Oh, da ist er. Ich hätte jetzt gelacht, wenn wir beide auf einem halben Herz rufen, der würde dann uns waren, hätten wir beide. Also, es wäre lustig geworden. Oh Gott. Nein. Okay, doch, ich hab's überlebt. Ich hab's easy. Ich sag nur easy. Ah, der Spieler ist nicht schlecht. Oh, ich hätte jetzt gelacht, hätte er in die Schlucht reingeworfen. Ja, so genau, so, dass es exakt durchfliegt, ja? Ja. Wäre auf jeden Fall lustig geworden. Als ob ich genau durch dieses eine Fenster durchgeworfen hätte. Bist du tot? Er ist einfach tot. Er ist einfach wirklich tot. Hier war. Ich bin, ich bin... Guck mal, dreh dich mal um. Nein, ich dreh mich gerade in der Situation nicht um. Okay, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Ja, easy. Ja. Sie gut aus. Hier, guck mal. Und jetzt komm mal hier geradeaus. Ja, GG. Guck mal hier. Links und geradeaus. Da? Links. Bisschen links. Da? Genau da durch hab ich geworfen. Okay. Genau hier hab ich durchgeworfen. Ja, kann ich auch. Ich denk mir grad einfach nur so. Aha! Ich glaube, ich rette mich muss creepen. Oh, ich hab noch einen Creeper setzen können. Mein Lebensziel ist erreicht. Mein Lebensziel ist erreicht. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne anhand einem Abo und einem Like zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Uah!